Damen und Herren, herzliches Willkommen und hallo zu einem kleinen neuen Unboxing. Wir unboxen heute die Limited Edition von Star Ocean 5 Integrity and Faithlessness. Ich bin es, euren Swimafix, und wir schauen uns heute mal diese schöne Edition an. Erstmal packen wir sie aus. Ja, Star Ocean 5 ist, wie es der schöne Name schon sagt, der fünfte Teil der Star Ocean Serie. Eine Serie, Rollenspiel-Serie, die ja schon auf dem Super Nintendo begonnen hat. Dort mit Star Ocean 1 und 2, bin ich mir nicht ganz irre. Teil 3 kam dann auf der PS1 raus, dann kam Star Ocean 3 auf der PS2 und schließlich Star Ocean 4 auf der Xbox 360 und auf der PS3. Nun ist es der fünfte Teil, der hier ist. Ich muss sagen, es ist ja leider mein erstes Star Ocean-Teil, den ich jetzt hier spiele. Ich habe hier irgendwo Star Ocean 4 für die Xbox, aber ihr kennt ja alle meine Xbox 360-Geschichte. Ich bin zumindest heiß drauf. Die Rollenspiel-Wochen hier sind wirklich großartig, Mann. Im Laufe von knapp einer Woche der Technomancer, Toki Mirage Sessions und dann hier noch Star Ocean 5. Also wirklich eine super Zeit, Mann. Und wir schauen uns hier mal kurz diese Edition an. Es gab noch eine teure Edition, die es nur um exklusiven Score-Enix-Store gegeben hat, aber man muss nicht alles haben. Erkunde die Tiefen der Galaxis. Die Pangalaktische Föderation steht kurz vor der Erfüllung ihrer Mission. Frieden und Ordnung in der ganzen Galaxie. Jedoch glühen Funken eines Konflikts auf dem Planeten Feigret 6000 Lichtjahre vor der Erde entfernt auf, als ein mysteriöses Mädchen in den Trümmern eines abgestürzten Raumschiffs gefunden wird. Und ja, das ist hier kurz gesagt die Handlung. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt nicht zu viel von Star Ocean 5 durchgelesen. Ich habe einfach gesagt, Japan RPG, check, gekauft. Mehr musste ich gar nicht mehr lesen. Und ich muss sagen, hier das Artwork, das gefällt mir verdammt gut, Mann. Sehr schöner Zeichenstil. Also schon mal allein dafür gibt es ein Lob. Und in der Collected Edition, das ist ein kleines schönes Steelbook hier, wie ihr seht. Ich höre schon mal, dass es da wackelt, ist schon mal nicht gut hier. Das Logo von Star Ocean sieht ziemlich geil aus. Auch die Limited Edition Steelbook sieht hier ziemlich cool aus. Sieht wirklich so wie, ja, wie so ein futuristisches Militärbuch aus. Da liegt schon mal die DIST, das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. So, und da haben wir jetzt das Spiel, Star Ocean 5. Ein Spiel, wo ich mich definitiv drauf feue, Mann. Also wie gesagt, 2016 ist wirklich ein tolles Japaner RPG-Spiel. Ja, natürlich mit den kommenden Spielen wie Final Fantasy 15 und Bala. So, ich habe das Gefühl, dass irgendwas kaputt ist, deswegen hält die DIST nicht. Aber das ist mir ja wurscht. Und wir sehen hier, oh, sehr schön. Ein sehr schönes Artwerk. Leider schon wieder keine Anleitung, das ist ja der neue Trend hier in allen Spielen. Aber ich muss ja echt sagen, das Artwerk, ich finde das richtig atemberaubend schön. Und das sieht man auch hier im Steelbook. Muss ich sagen, ein ganz nettes Ding. Ich finde es immer schön, wenn es einfach so, neben der normalen Edition, für den gleichen Preis dann irgendwie noch, wenn man das ganz am Anfang gibt, einen kleinen Bonus gibt, indem man hier dann zum Beispiel hier einige Bonus-Teile bekommt. Den Code zeige ich jetzt mal einfach nicht. Und für sowas finde ich immer ganz nett. Und dann tue noch eben ein Steelbook, ohne dass man jetzt irgendwie dann für 200 Euro eine Collected Edition kaufen muss. Finde ich ziemlich schön. Ich finde es da auch schon, dass die Limited Edition hat ja ein sehr schönes Artwork. Und ist ganz nett. Und ich schmeiße es direkt rein. Ich bin sehr heiß darauf und ich hoffe, uns erwartet hier ein tolles Japaner RPG. Ich verabschiede mich. Ich versuche eure MC Muffix. Und das war das Unboxing von Star Ocean Integrity and Faithfulness. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020